so und damit seid gegrüßt meinem zweckigen nomor hobbits und er geht um zu jetzt wirklich letzten posthum durchgeführten letzten gamescom 2021 in die arena booth 2021 demo wir haben heute montag den 30 august die gamescom endete am sonntag abend das ist jetzt noch ein letztes letztes test noch ein letztes spiel habe ich gefunden ich habe noch lake gefunden gestern abend auf dem letzten drücker habe mal gesagt dass ich noch spielen jetzt auch dieses letzte zum abschied nun mal herr quasi posthum hier noch mal gamescom demo gespielt in der letzte dann ist auch wirklich vorbei mit der gamescom dieses jahr starten wir mal ein dieses spiel ist selbst aussehen spiel lake schauen wir uns das mal an auf geht's um ja 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 es ist ein blunder zu sein es zu machen für ihre Leben, die ich nicht in der Labor-Day-Party war. Aber ich bin glücklich, dass wir die Deadmine gemacht haben. Und ich bin glücklich, dass ich jetzt zwei, drei Wochen in der Good-Old Providence-Oakse bin. Vorwinks. Ich wusste, ob alles funktioniert. Hi, Steve! Ja, wir haben die Deadline gemacht. Ah, das ist großartig. Ich fühle mich so schlecht, dass ihr es nicht geschafft habt. Ich hoffe, dass ihr alle ein tolles Labor-Day-Party habt. Oh, ja. Die Band war großartig. Und ich mag es in der Bühne. Oh, und dann hat Roy wirklich Angst. Nein, warte. Brian. Und dann hat er auch in der Bühne. Nein, Roy. Äh, warte. Ah, warte. Ich erzähle euch alles über die Arbeit morgen morgen. Well, Nachmittag. Ich werde nicht da für zwei Wochen sein, weißt du? Oh, warte. Ja. Aber, äh... Aber, äh... Aber du musst wirklich... Zwei Wochen ist ein Leben. Ja, Steve, ich muss wirklich. Aber ich werde weiter testen für Addit. Okay, richtig. Super. Ähm... Sofern ich keinen Anfall habe, sofern ich keine Schlachtgegel habe. Okay, Meredith. Have a wonderful flight. I'll talk to you soon. Wo liegt da etwas auf? Nicht richtig programmiert hier. Freunde. Das ist auch noch unsauber. Mal. Äh. Äh. Mal. 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 Ich hab schon gerade etwas gesetzt, aber man hat's verbreitet. Aha, okay. Aussteiger haben wir jetzt ungespart. Okay, die Mailbox ist dort. Walk to the Mailbox. Das ist sehr gut. Mail ausgeliefert. Look around. Wir können auf die Straße laufen. Okay, ich darf jetzt zu Fuß los. Sprinten kann ich leider nicht. Ich spazier jetzt zu Fuß. Ach nee, das dauert mir zu lange. Ich kann zwar hier jetzt die Grenzen austesten, obwohl ich so lange nicht kann. Ich weiß nicht, was ich wirklich liebte, wenn ich Baseball sehe? Nicht zuerst die erste Piste. Nicht zu schwer. Oh. Und verliefern die Post aus. Der Postbotensimulator. Aha. Verdammt leer dort ist drin. Da hat man nur eine graue Wand. Achso, ja. Muss ausliefern. Herr Löder. Palim Palim. Schmeiß aufs Dach. Schmeiß hoch. Ich kenne es einen Tag. Aha. Das tue ich. Schifft nicht. Schifft nicht. Schifft funktioniert bei mir nicht. Du bekommst einen Tag. Also, wo waren wir? Computers. Muss ich einen kaufen? Äh. Nun, es liegt auf dem, was du es für benutzen willst. Buchkauf. Was? 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 Ich bin Angst, dass du das sagst. Ich werde dich über eine andere Zeit überlegen. Unsere nächste Adresse ist gerade um den Korn. Und höre auf, die kein PC. Dieses Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Er braucht schon PCs. Ich bin Angst, das ist nichts. Ich bin Angst, das ist nichts rum. Ich bin Angst, das ist nichts überlegen. Schmeiß noch, nicht für mich, nicht für mich. Ich kann auch ein bisschen warten. Ich bin Angst, wie sie sind. Vielleicht kann er umsonsten. Ich bin Angst. Ich bin Angst, wie wir nachher kommen. Sprünken können wir nicht. Knopf funktioniert nicht. Aha. Weiss, Residents, Monday afternoon. Oh ja. Ah, Schwimmung. Aufstehen. Aufstehen. Und da ist ein Blu-Berry-Pie in der Frisch. Tschüss. Meredith, es ist Steve. Ich habe nicht die Chance zu sagen, aber danke für ein Trooper. Ich weiß, dass du andere Pläne für Labor Day weekend hast. Aber die Zeit für den Tag an, 87, kann sehr gut sein, die wichtigste Zeit in unserer Firma sein. Geh, dein Zeitpunkt aufzunehmen. Nicht zu verwendet. Ich bin nur ein Wunderschön. Oder bin ich? Ich spreche mit dir später. Ahem 2. September Ich habe bereits die E-Mail-Bag in dem Truck geöffnet, also du bist gut zu gehen. Oh, ich habe dir vergessen, es gibt eine Karte in der Kabinie, falls du dich verloren hast. Er verloren? Ich? Bon voyage! Jetzt haben wir kurz in der Luft geschweben. Open and close the map, okay. B2 Drive. Tun wir schon. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, da haben wir unseren ersten Brief. Jetzt müssen wir hier stoppen. Hier haben wir einen Brief. Ich erinnere mich, das ist das alte Sugarman-Bag. Aber die Envelope sagt McGill. Das ist neben dem Weg. Vielleicht können wir hier mal wenden. Ja, Sekunde. Vielleicht auf der anderen Straße haben wir hier einen. Vielleicht haben wir gegen die Laterne gefahren. Wenn wir nur sprinten könnten. Hier haben wir irgendwo. Irgendwo hier haben wir ein Paket auszuliefern. Ich hätte mal fahren können, aber okay. Ähm. Wir sind immer hier oder wo. Ja, toll. Ja. Das kann ja dauern. Mal zum Genoist Store soll mal gehen. Das ist schon mal richtig. Dann müssen wir hier doch nochmal rein fahren. Dann müssen wir hier doch nochmal rein fahren. Das ist so schlecht gepaukt. Ach ja, warum? Warte. Wo ist das Paket? Ja, ja. Das ist sorry. Das wird mal vergessen. Oh. Ja, woher soll ich das Mainstreet sind wo? Mainstreet ist hier. Okay. Ich habe hier einen Paket für sie. 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 22 Jahre vor. 22 Jahre vor. Nachdem sie mich nennen. Nancy Sinatra. Instead of Nancy Reagan. So, jetzt bist du zurück, oder? Ich weiß, was es ist. Ähm. Okay. Ah ja. So, wir müssen dann mal weiter. Ding, ding, ding. Warte geht's. Äh, was? Was war das? Ah, okay. So, dann bringen wir mal hier weiter. Hier gibt es nichts. Oh, okay. Gibt es gar nicht. Das ist weiter hinten. Dann gehe ich hier doch mal. Und gebe erstmal dort. Auf der Straße, der am See. Was ab, oder? Haben wir da auch. So, stopp. Und links, rechts. Für die Straßenverkehrsordnung einhalten. Und auch nicht. Ähm, sorry. Ähm, ich muss mal hier kurz wenden. Ähm, ne. Ich will hier. So viel zur Straßenverkehrsordnung. Dann trüben mich das nächste Paket. Ja, falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet. Ich muss hier selbst fragen. Dann fährt das Post-Track-Auto selbst. Dann fährt das Post-Track-Auto selbst. Versuchen auf einer Spur zu bleiben. Ah, wo ist Steiner wahrscheinlich. Ach, das ist nicht alles. So, angekommen. Die van der Päckchen. Von der Leig. Ah, ja. Schnellt er die Wärme auf. Lieferung. Erzähl mir nicht. Erzähl mir nicht. Okay. Und von Date Mode? Ach so, das war eine Date Mode. 500 Lake Mode. Das hier. Sorry. Ich bin doch Anfänger. Oh. Ja. Ja... Ah, ja, kaffee nehme ich mit. Aber to go, bitte. Oh, was so ist. Muss man da nicht. Always have, always will. Ashley? One blueberry pie? Ja, ja, das ist gut, aber ich kann es nicht. Und Ashley? Könntest du ein Blick auf die Bar für mich für ein bisschen? Ich werde jetzt meine Brücke nehmen. Du bist ein richtiger Trooper. Sehr schön. Ashley? Oh, schwein Mary. Was machst du? Ja, wir haben alles verstanden. Oh, ist alles okay, Han? Ja, nein, aber das ist so heiß. Es ist so heiß. Es ist so heiß. Oh, Lord, have mercy. Ja, also gehen wir unter unseren Kaffee. Das ist schade. Und wo ist unser Truck? Ach, da. Da parkt er. In der Latiana. So, einsteigen. Und weiter geht's. Sorry. Sorry, ich bin noch Fahranfänger. Ich habe gerade frisch den Führerschein gemacht. Sorry, ich kann noch nicht so gut. Ne, ich bin gerade frisch. Ich bin noch Anfang, ja. So, ähm. Wo jetzt da? Ja, da drüben. Ich glaube, da zeigt das Ding hier. Hier müssen wir lang. Da gibt's die Nächsten. Auf der Lake Road. Ein Brief und ein paar Pakete sehe ich dort. Ein bisschen Weg. Okay, können wir ein bisschen beschleunigen. Das ist wirklich ein ziemlicher Weg. Ich fahre auf beide Fahrbahnen. Ah, da geht's durch meinen Fluss. Und da haben wir das erste. Da haben wir die erste Mail zum Ausdekommen. Sorry. Das ist das erste, da ist der Brief. Okay, in den Zaun gesteckt. Macht gut. Ja. So, da ist der. So. Das Ding hört noch zu Schrotz. Susi am Post. Oh, zwei Katzen. Ach, verdammt. Stimmt ja. Da war was. Ich hab da was vergessen. Ähm. Ja, ich bin auch ein, offensichtlich noch ein Anfänger. Bin nur dran. Ne, kriegen wir noch umgenätet, oder? Das kriegen wir noch hin. Vintage Street, ne, das ist die andere. Neck Road. Versuchen wir es mal damit. Well, hello there big cuddly guy. Vintage Street, 200. Neck Road. Oh, schau, Genevieve. Neck Road. 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 Das ist Meryl Weiss, Genevieve. Sie war in der Stadt seit Jahren und Jahren. 22 Jahre, zu be exact. Aber wer ist das? Das ist schon lange. Das ist fast zwei Genevieve-Genevieve-Genevieve. Sie ist immer noch lange. Sie ist es, aber... Sie erinnern mich, nicht wahr? Äh, ja. Miss Jenkins, äh, ja. Wie kann ich mich Mildred Jenkins vergessen? Und ihre Kater natürlich. Ihr Mann, Levi, ist jedem bekannt. Ja, ich mag Kater. Ist das so ein Fass? Also was, wenn ich sie ein bisschen mehr als ich hatte? Wie Genevieve hier? Und Thomas? Und Arlyron? Ja. Sie hat sich einfach schreiend, dass sie ins Gefecht gestürzt hat. Ja. Ja. Hier geht's. Ah, danke, dear. Looks like another gift from my son. Still doing everything to get into my good graces except actually drop by. Ja. Ja. Ein Teddy bearer ist ein schlechtes Substitut für ein reales Liebchen. Das ist bestimmt. Hm, ein bisschen knosig, nicht du? Ich weiß Frank, nie würde... ...feel die Package nicht... ...wählen die Package. Ich entschuldige. Ich wollte nicht sagen, Frau Jenkins zu schreien. Insofern, ich werde dich nicht länger halten. Ruhig, liebe Liebe, gib Emily mein Bestes. Auf Wiedersehen, Frau Jenkins. Genevieve. Das sieht schon kurz nach Mittag aus. Den Hydranten werden wir noch ummieten. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Ah, haben wir hier den Verkehrblock jetzt. Auch schön. Oh. Na, das kriegen wir doch noch hin. Hier. Hervorragend. Schade, dass man den nicht wirklich ummieten kann. Okay, hier gibt es noch ein Parkett. So. Ein Parkett. Ach ja. So, die 300. Das letzte Parkett. Jetzt haben wir noch ein Brief. Oder ein paar Briefe noch. Mal schauen. Okay, wo kommt das hin? Hi, da. Ich habe ein paar Mail für diese Adresse. Du bist nicht Frank. Glücklich. Ich glaube nicht, dass mir ein Mastasch klappt. Haha, wirklich lustig. Nein. Aber das wird nicht erklärt, warum Frank dir die Schlüssel für den Guss. Der Guss? Ja. Du bist ein weißer und wafflerer Van. Duh. Ich bin Lori. Ich bin Providence Oaks Mechaniker. Und ich bin derjenige, der den Guss anruft. Ich bin der Guss anruft. Ich bin der Guss anruft. Ein bisschen Jungen. Ein Mechaniker. Mein Vater hat mich so streamsig am Dienstag und wir in der Zeit. Hier ist der Guss auf den Guss. Und ich muss zurück. Noch ein bisschen zu arbeiten. Aber ich glaube, ihr seid alle froh. Wenn es noch etwas falsch ist, bringe es zurück zu mir, ja? Es ist üblich, wenn es etwas findet und führt zu der TV-Serie. Okay, mindestens ein... ...einen Dings, eine Dings haben wir noch auszuliefern. Oh, okay. Die Sonne ist durchlässig. So, na dann. Ah, er hat doch noch weiter, ja. Sehr schön. Musik. Ah, die Musik. Ich liebe ja, ja. Okay, wo müssen wir hin? Ich denke, wo war Bear Creek wieder? Ich glaube, da muss man nicht. Auf dem Feldweg. Na schreck. Hier durch die Natur. Hoppala. Oh, genau. Bear Creek, nahe der alten Lumberyard. Äh, ein bisschen zurück. Moment, in der Wildnis hier, da müssen wir hoch. Sorry. Da ist ein neues Gesicht. Ja, das stimmt. Wie heute, ich werde die Mail geben. Great. Ich bin Robert. Schön, dich zu treffen. Insofern. Ich bin Meredith. Und hier ist deine Mail. Danke. Ich hätte es gut abonnt. Pippa-B. Wippa-B. Ah, okay. Das klingt gut. Wippa. Das klingt wie. Wippa-Wippa. 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 Hey, das Klingt nicht besser als das Lüge. Ich bin sorry, aber ich muss das besser schauen. Auf einen schönen Tag. ... Aha, okay. Warnungen oder so... Okay, ich kann ihn mal einstellen. Jetzt müssen wir den Truck noch im Fluss versenken, zum Schluss. Rums, Rums. Als der Lake das schön spielt, muss Lastigo noch im Lake versinken. Was ist das? Juhu! Okay, haben wir es geschafft. Was ist das? Wieser denn, es ist Tuesday evening. Hallo? Hi, Meredith. Es ist Mom. How are you? How's the job? Hi, Mom. I'm doing great. It's so relaxing to be outside and drive around. Oh, that's great to hear. Dad says it's strange not having to drive the truck anymore. Must be strange for you as well. How are you doing? I'm doing great. I'm reading lots of books in the sun. I also went on a beach walk and I saw Baby Turtles patch. Oh, I'm almost out of coins. I'm calling from a bar and Dad's ordering a margarita again. Talk soon. Stay home and watch TV has the margarita again. What? Let's see what's on TV tonight. Uh, yeah. Previously on Bon Appetit. Have you ever seen Henri? Yeah, he's in the kitchen. Unpacking the new tableware. Henri! Did someone call me? Yeah. We must have found him. Wednesday September. 3Morning. Ja, ich würde mal sagen, würde mich nach oben so zig gefallen haben. Diese Demo-Version. Lassen Abo da am neuerseits. Good morning, Providence Oaks. We're starting the day as we always do. With a PO positive or PET-P. Followed by the weather. PO positive or PET-P. Dale, what's it gonna be? It's a positive all the way, Jack. I went to Bon Diner and I went to Bon Diner and I don't think I've ever had a mystery pie that tasted so good. Thank you very much, Tim. That means we want to get a piece right now. But the weather's first. We'll start off sunny with a few clouds later in the dead. How about some music there? So, na dann. Outeriner. Stunned. Ciao. Bye.